Hey Leute, was geht? Hier ist wie die Lieblasche mit einem brandneuen Part von Super Smash Bros. Okay, und ich habe gerade im Tau da angegriffen. Ich bin so gemein, man. Hey! Ich mache mal Stamm Attack auf Doom. Also wir spielen diesmal gegen Lucas. Oh mein Gott, was war das für ein Leck, man? Nein, das lässt du dich. Oh Gott. Okay. Stamm Attack geklappt immer. So komm mal her, mein kleiner. Komm mal her. Boom! What the fuck? Das war aber unfair, Mann. Das war aber... Die Leck war aber auch gerade echt... Aber wann? Boom. Meine Combo! Ich habe eine Combo, Mann. Oh, ich kann jetzt... Ich spiele sogar recht gut heute. Hey, lass mich los, Mann. Okay, ich bin jetzt heute ein bisschen gemein. Muss man leider zugeben, ich bin gemein mit Yoshi. Okay, ich habe aber lange Zeit nicht mehr gespielt, von daher lässt mir diesen Sieg. Okay, ich habe ihn jetzt mal... Ich habe ihn verhalten, ich habe ihn über den Kopf gespielt. Okay, ich habe ihn verhalten, ich habe ihn über den Kopf gespielt. So, dann spielen wir jetzt mal Falco. Oh, dieser Kampf zieht zur Herausforderung. Okay. Oh mein Gott. Nein Marios Liste Nein Okay Er ist zumindest so fair Okay 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 Der ist zumindest fairer Typ hier Ey Nimm deine eigene Medizin Man Neeee Mir kommt er eigentlich auf Mario gegen mich zu nehmen Ich hab doch geblockt Aber irgendwie Spielt sich das gerade ein bisschen un Komisch Also komisch Ich dachte ich könnte hier noch spike man Tschüss Tschüss Vielen Dank für diesen Kampf Ey Gewonnen Ich weiß auch nicht Wie ich diese Matches gerade gewinne Ich weiß es nicht Mann Gut Gehen wir mal in einen anderen Raum Ja 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 Na so gut war es auch nicht Es war sehr fair Aber es ist ein bisschen scheiße Dass ich da am Anfang runter gefallen bin Ja Passiert aber So Nach zwei Siegen darf man jetzt noch ein bisschen träumen Denk ich mal Boa Boohm Da Boohm Boohm Ach du hast doch belebt Ah dammit, fast nicht ge- Düs! Friss den Schuh, Mann! Schö- Äh, wat? What the fuck? Noob! Noob! Ah dammit! Ja, was mach ich denn da gerade, frage ich mich gerade immer. Ich glaube ich verliere gerade, aber es ist ja egal. Wieso treffe ich mich nicht? Tschüss. Nein. Geister, das ist verdummt. Und Tschüss. Gut, das passt doch. Wir gewinnen, gewinnen, gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne. Wir haben heute nur so viel Gewinne. Passt eigentlich, oder? Eigentlich schon. Ich denke mal passt schon. So, jetzt können wir auch noch ein bisschen weiter trollen. Erst nehmen wir mal was anderes zum trollen. So, dann troll ich mal weiter, meine kleinen Leute. So, wir spielen heute Little Mac. Das hält mich auf, Mann. Das hält mich auf, Mann. So. Was machst du da eigentlich? Ich kann auch sowas, siehst du? So. 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 Kasper. Verasch. Oh, komm, Mist. Und tschüss. Kommst du jetzt mal bitte? Okay, ich spiel es mal ernsthaft. Nicht. Nein, das war so scheiße von mir. Nicht mehr so schlecht, nicht mehr so schlecht. Ja, okay. Trolllevel erfüllt. Ich kann mit Lillimack nicht umgehen. Das passiert öfters mal. Auf jeden Fall können wir noch weitermachen. Denk ich mal. Warum nicht? Gut, was nehmen wir denn als nächstes? Warte mal zum Trollen. Ja, ein bisschen Lenk. 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 So, wir spielen Lenk. Ach, der hat schon wieder so eine DC-Geschichte. Okay, wenn er meint, sowas einzusetzen hier. Können wir es auch machen. So, ey. Gibt es denn jetzt auch noch ein Match? Bitte? Hui. Ich kann es auch. Hui. Gut. Dann hauen wir mal einer auf die Nuss. So. Ach. Jetzt will ich erst mal farschen. Jetzt will ich erst mal farschen. Oh, das leckt er auch überhaupt nicht. So. Ich weiß noch wie man gegen Josche spielt. Und der springt natürlich direkt rein. Oh nein, ich bin tot. Ah, ne. Doch nicht. Er ist tot. Oh nein, ich bin tot. Ah ja, meine Lachen. Wenn ich das nicht klasse, darfst du nicht zufrieden. Oh nein, ich bin tot. Oh nein, ich bin tot. oh Gott ja, für Clary, auf die Inn so, das letzte let's camp, oder? wo nope ich kann auch das oh nein what the fuck are you doing that? danke oh Gott so oh was macht der da? tschüss so, holen wir den schnell wieder raus oh scheiße, nein wiii das aktiviert es auch warte mal, wie dumm bin ich eigentlich gerade? mach doch nur Konter, man so, okay du denkst du, ich fahr jetzt nochmal darauf rein? nein klick es tschüss noob noob get rest in peace bitch rest in peace man gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Super Smash Bros wie you bis zum nächsten Mal und ich hoffe ihr hättet so viel Spaß wie ich hahaha